Hallo, mein Name ist Sonatke Waller. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin offensivere Außenspieler. Meine bisherigen Kleinen sind der ESC Blau-Weiß Mannheim und VfL Mannheim. Mein Vorbild ist Lionel Messi. Die Mannschaft, die ich bei FIFA nehme, ist Werder Bremen. Meine persönlichen Ziele sind, sich immer weiterzuentwickeln. Und die Ziele mit der Mannschaft sind der direkte Wiederaufstieg in nächstes Jahr.